Misserfolg ist lediglich eine Gelegenheit, mit neuen Ansichten noch einmal anzufangen. Das ist es, mein Lieber. Das ist eine Einstellungssache. Was ist Misserfolg? Für mich gibt es keinen Misserfolg. Für mich gibt es kein Verlieren oder Versagen. Du hast erst verloren oder versagt oder Misserfolg ist erst da, wenn du aufgibst. Für mich ist es eine Frage des Aufgebens. Aufgeben ist für mich keine Alternative. Aufgeben ist für mich keine Option. Wenn du aufgibst, hast du schon von Anfang an verloren gehabt. Darum ist es egal, was wir tun. Egal in welcher Perspektive. Sei es als Kampfsportler, sei es im Business, sei es im Privatleben, sei es egal, was es ist. Wenn man überzeugt von einer Sache ist, dann hat man nicht aufzugeben. Man braucht eine Sache gar nicht zu Beginn, wenn dieser Gedanke schon im Kopf ist, ich könnte aufgehen, dann fangt das erst gar nicht an. Wozu? Man muss überzeugt von einer Sache sein. Und wenn man wirklich das Ziel hat, das zu erreichen, muss man auch alles dafür geben. Und dann gibt es keinen Misserfolg. Dann gibt es kein Verlieren. Das sind alles nur Erfahrungen. Das sind alles Sachen, wovon man lernt. Und darum, für mich, ist der Fokus eher darin, nicht aufzugeben. Egal, wie oft ich auf meine Knie gedrückt werde, egal, wie oft ich falle, in dem Moment, wo ich mir sage, hey, ich gebe nicht auf, ich stehe wieder auf, dann war selbst dieser kurzfristige Misserfolg ein Erfolg. Weil ich habe dadurch gelernt. Darum kann ich dir nur zustimmen zu diesem Zitat, mein Lieber.